Bewertest du denn das, was in den letzten Tagen passiert ist bezüglich BSW und Thüringen und die ganze Causa? Ja, ich finde das ein ziemliches Desaster, dass der Thüringer Landesverband da eine andere Richtung steuert als die Bundespartei und man das offenbar nicht intern geregelt bekommen hat. Ich meine, du hast da auch einige Videos zu gemacht. Wie kann das sein? Also man hat ja das BSW extra langsam wachsen lassen. Man hat extra dafür gesorgt, also wollte dafür sorgen, dass da keine Glücksritter beitreten, dass da keine Leute beitreten, die quer schießen, die eine eigene Agenda verfolgen, so wie es es in der Linkspartei sehr häufig gab. Und jetzt macht der erste BSW-Landesverband, der sogar das beste Ergebnis bei den Landtagswahlen erzielt hat, wo das BSW also so gesehen sogar am stärksten im Landtag vertreten war, schon das Gegenteil dessen, was die Bundespartei vor der Wahl versprochen hatte und was die Bundespartei jetzt auch ganz offen sagt. Also Wagenknecht hat ja ganz offen gesagt, dass diese Einigung in Thüringen, wo man einfach alle Positionen, die die Partei hatte, aufgegeben hat, dass die ein Fehler war. Also wie kann sowas sein? Vor allem, um das vielleicht zu beantworten, das kann ja eigentlich nur so sein, wenn zum Beispiel eine Frau Wolf im Vorfeld ganz klar mit der Intention auch rangegangen ist, ich will danach mein Ding machen und entweder alle getäuscht hat oder alle anderen gehofft haben, dass man sie irgendwie einrahmen kann. Also wenn man gehofft hat, man kann sie einrahmen. Hat ja scheinbar nicht geklappt. Ich bin der Meinung, dass der Thüringer Landesverband ja auch relativ schnell sehr große Eigenständigkeit bekommen hat, was die Mitgliederaufnahme angeht. Und wahrscheinlich hat sich dann einfach ihre Truppen selbst rangeholt. Und dadurch stehen ja auch gerade nahezu alle Leute im Landesverband Thüringen, die irgendwie ein Mandat bekommen haben oder im Landesvorstand sind, die stehen ja alle hinter ihr. Also ich habe nicht mitbekommen, dass irgendein Landtagsabgeordneter mal ein kritisches Wort daran verloren hat. Im Gegenteil, hast du diesen Herrn Vogawa auf X mal gesehen, der irgendwie auf Listenplatz 15 ganz, ganz knapp noch in den Landtag gekommen ist, wie der sich teilweise gegenüber Unterstützer äußert, wie der teilweise auch auf konstruktive Kritik eingeht. Das ist ja wirklich skandalös. Ja, ja, den habe ich gesehen. Also das fand ich auch ziemlich skurril, was der da auf Twitter so schreibt. Und auch, wenn man ihm sagt, ja, also er ist wenigstens mal einer, der antwortet. Alle anderen, wenn man sie mal verlinkt oder so, die antworten ja nicht. Er ist wenigstens einer, der sagt, ja, ich nehme eure Kritik, also ich kriege das mit, ich antworte und ich sehe das aber an uns, das ist ein guter Kompromiss. Wenn man ihn dann fragt, was da ein guter Kompromiss war, ja, wir haben 70 Prozent unseres Landtagswahlprogramms durchgesetzt. Was habt ihr denn durchgesetzt? Ja, 70 Prozent, das ist total gut. Ja, was denn genau? Ja, 70 Prozent, also nichts mehr. Du hattest ja auch relativ oder häufiger mal diesen einen Artikel angesprochen, in dem eigentlich sehr gut aufgearbeitet wurde, was man anfänglich gefordert hat, auch im Wahlkampf, und was am Ende in diesem Sondierungspapier drin stand. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher Autor das war, aber du hast es relativ häufig erwähnt und den auch unter deinen Videos häufiger verlinkt gehabt. Weißt du, was ich meine? Norbert Hering meine ich. Genau, genau. Und daraufhin habe ich ihn nämlich mal angesprochen, und ich habe diesen Artikel verlinkt, und er hat dann zu mir gesagt, ja, also das hat ja gar nichts mit dem Landtagswahlprogramm zu tun, das hat ja gar nichts mit der Wahl zu tun. Und ich habe den Artikel dann nochmal angeguckt, und ich dachte, okay, vielleicht habe ich ihm was Falsches geschickt, aber es wird ja dezidiert auf die Forderung des Landtagswahlprogramms eingegangen, und dann wird sogar wortwörtlich werden Schriftstücke aus dem Sondierungspapier dem gegenübergestellt. Und er sagt immer noch, nein, das hat gar nichts mit dem Programm zu tun, das hat gar nichts mit der Landtagswahl zu tun. Ja, vor allem das BSW war ja vor der Wahl vollkommen klar, wir werden in keine Koalition gehen, wenn dort nicht die Friedenspräambel drinsteht, das bedeutet Ablehnung von US-Raketenstationierung und Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Das war eine rote Linie, hat Wagenknecht offen so gesagt, hat sie jetzt nach der Wahl auch so vertreten, deswegen hat sie den Kompromiss in Brandenburg gelobt und in Thüringen eben gesagt, das geht so nicht. Und was sagt die Thüringer Landesführung? Uns egal, wir verhandeln weiter. Ja, da hatten wir, ich erinnere mich noch vor zwei Wochen oder so, auch miteinander gesprochen, weil da kam, glaube ich, dieses Sondierungspapier gerade raus und dann ist an diesem Abend aber noch die Meldung ebenfalls online gegangen, dass man sich jetzt nun nochmal einmal zusammensetzen möchte, weil diese Friedensthematik ja gar nicht drin war in so ein Sondierungspapier. Und da hatten wir noch ganz schön positive Emotionen, würde ich sagen, als wir dann unser Gespräch beendet haben, weil wir dachten, okay, jetzt wird noch wirklich nachverhandelt, jetzt kommt da noch was bei rum. Ja, hat sich ja einfach total in Luft zerschlagen leider. Ja, es war eine vollkommen klare Ansage vom BSW immer, wenn diese Friedenspermung nicht drin ist, gibt es keine Koalition. Punkt. Ich meine, das ist ja jetzt kein schwerwiegendes Zugeständnis, was man hier vom anderen fordert. Es ist nur ein Zeichen des guten Willens. Also ein Zeichen, dass man in der Außenpolitik der Landesregierung, die jetzt auch lange nicht so relevant ist wie auf Bundesebene, dass man an der etwas ändert, dass man sich im Auswärtigen Ausschuss des Bundesrates dann anders einbringt. Und da wollte man von den Koalitionspartnern jetzt nur ein Zeichen, das sagt, okay, wir tragen die Linie unserer Bundespartei so nicht mit. Also ich meine, daraus wäre ja nichts gefolgt. Also die reale Politik in der Landesregierung hätten sie ja trotzdem blockieren können. Das muss einem immer klar sein. Also selbst wenn das jetzt in Brandenburg drinsteht, also da war die SPD bereit, das zu unterschreiben, muss dafür das reale Regierungshandel noch gar nichts heißen. Die SPD kann dann später sagen, steht ja im Sondierungspapier, Papier ist geduldig, wir können immer noch was anderes machen. Aber die CDU und SPD in Thüringen waren nicht mal zu diesem kleinen Zeichen des guten Willens bereit. Und das sagt eigentlich schon alles. Also das wäre das Signal für die Verhandler gewesen, endlich diese Verhandlung sofort verlassen zu müssen und dann in die Opposition zu gehen. Ja, und da hatte ich mir jetzt in den letzten Tagen auch von Frau Wolf nochmal die eine oder andere Aussage angesehen, die sie im Zuge des Wahlkampfes auch getätigt hat. Also da ging es dann zum Beispiel um ihre Motivation, ins BSW beizutreten. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, ja, sie hat sehr lange mit sich gerungen, das hat teilweise stündlich auch wiederum sich verändert, abgewechselt, ob sie jetzt sagt ja oder nein. Nein, ich finde, das ist erst einmal ein relativ schwieriger Ansatz, um sich dann am Ende für diesen Beitritt zu entscheiden, weil das ist ja nicht wirklich mit Herz und Emotionen, also nicht mit positiven Dingen geschehen, weil sie ja auch gesagt hat, ihr macht oder hat es Angst gemacht, dass ein Höcke möglicherweise ein starkes Ergebnis bekommt. Und das ist ja schon so ein negativer Politikansatz eigentlich, wohin zu gehen, um irgendwen anders zu verhindern. Und dann eben in dieser Logik, in der sie scheinbar denkt, gibt es für sie ja scheinbar wirklich keine andere Option. Sie muss jetzt unbedingt hier den Höcke verhindern. Und dementsprechend gibt es den Zwang, in diese Regierung zu gehen, auch wenn das langfristig vielleicht sogar die AfD stärken könnte. Weil die AfD, für die ist es jetzt propagandistisch super einfach, das Thüringer BSW in einer Reihe zu nennen mit der CDU, mit der SPD, mit den Grünen und der FDP. Und damit könnte sie am Ende sogar das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen wollte. Ich hatte mir nämlich eine Podcast-Episode von Schnellrode angehört. Da hatte ich auch ein Video zugemacht. Und da haben die sich so mehr oder weniger eigentlich gefreut. Ja, jetzt geht die Wolf mit denen in die Regierung. Das heißt, das BSW können wir jetzt schön als Altpartei mitframe. Und bei den nächsten Wahlen gehen wir dann wieder auf die 40 Prozent zu. Können vielleicht sogar die absolute Mehrheit in Betracht ziehen. Und die frohlocken auf jeden Fall, ne? Ja, das ist klar. Also ein Drittel der BSW-Wähler in Thüringen haben gesagt, sie würden, wenn es das BSW nicht gäbe, AfD wählen. Also wer von einer schlechten Regierungsarbeit profitieren würde, wer davon profitieren würde, wenn das BSW sich entzaubert, wenn das BSW sein WLAN zeigt, okay, ihr seid uns egal, das wäre die AfD. Also Hacker hätte sehr gute Chancen, 2029 dann mit absoluter Mehrheit Ministerpräsident zu werden. Und dann könnte er durchregieren. Also das wäre ja gerade das Szenario, wenn sich CDU, BSW, Linke nicht einigen. Also CDU, BSW und Linke, die hätten zusammen eine einfache Mehrheit im Landtag. Die könnten zusammen die AfD verhindern. Wenn es jetzt ein Ziel wäre, die AfD zu verhindern, können wir gleich auch nochmal darüber reden, ob das ein sinnvolles Politikverständnis ist. Aber wenn diese drei Parteien sich nicht irgendwie einigen und die CDU, die sagt, sie will nicht mit der Linken zusammenarbeiten, das BSW, wie gesagt, das sollte unserer Ansicht nach ganz klar in die Opposition gehen. Das bedeutet, CDU und SPD hätten zusammen keine einfache Mehrheit. Das heißt, Höcke würde Ministerpräsident werden. Das wäre die Folge davon, dass das BSW jetzt in die Opposition gehen würde. Aber er würde dann nun mit einfacher Mehrheit Ministerpräsident werden. Das heißt, er könnte nichts durchsetzen, weil er keine Mehrheit im Landtag hinter sich hätte. Es wäre also relativ interessant zu sehen, was er macht. Aber wirklich langfristige strukturelle Veränderungen könnte er wahrscheinlich nicht durchkriegen. Er würde ohne Zustimmung der CDU oder das BSW nicht mal im Haushalt durchs Parlament kriegen. Also seine Regierung wäre nach einem Jahr schon wieder zu Ende, wenn er nicht deutliche Zugeständnisse an eine der Oppositionsparteien da machen würde. Also das sollten wir uns klar machen. Wenn jetzt allerdings diese Regierung versagt und schlechte Arbeit macht, dann hat Höcke gute Chancen, 2029 die absolute Mehrheit zu holen. Und dann kann die AfD durchregieren und alles umsetzen, was sie vorhatte, umzusetzen auf Landesebene. Ja, vor allem, weil ja auch die SPD dann doch jetzt oder dann zumindest an der 5-Prozent-Hürde kratzen könnte. Und beim BSW weiß man auch nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht geht man dann auch eher Richtung 5-Prozent-Hürde, wenn das wirklich sich in diese Richtung entwickeln sollte. Aber wenn wir jetzt auf die momentane Zeit gucken, es müsste ja nicht einmal so sein, dass ein Höcke zwangsläufig Ministerpräsident wird. Es kann ja auch sein, dass die Linke am Ende im dritten Wahlgang dann irgendwie auch einen Vogt oder so mit unterstützt mit SPD und CDU-Stimmen. BSW enthält sich dann beispielsweise und AfD stimmt für Höcke oder so. Da müsste es doch so sein, wenn ich mich richtig informiert habe, dass dann zum Beispiel auch ein Vogt-Ministerpräsident wäre, oder? Ist das falsch? Wie sah noch mal das exakte Szenario aus, was du gerade beschrieben hast? Beispielsweise Vogt, dritter Wahlgang, weil in den ersten zwei kriegt man die absolute Mehrheit nicht. Dann wird er unterstützt von der SPD und weil die Linke dann irgendwie doch sagt, ja, staatspolitische Verantwortung, unterstützen wir auch den Vogt. Das BSW enthält sich. Die AfD stimmt für Höcke. Dann müssten die drei Parteien ja dann noch mehr Stimmen haben als die AfD. Wenn Linke und CDU zusammenstimmen... Mit SPD. Ja, Linke und CDU, würde ich gerade gucken, Linke, CDU und SPD würde auch schon reichen. Also das stimmt. Also ich finde das halt immer ganz wichtig, weil medial, kann ich mir vorstellen, dann wird das dann gerne aufgebaut, dass wenn man jetzt nicht den Vogt zum Ministerpräsident mit einer Regierungsmehrheit macht im Parlament, wobei mit 44 Sitzen, du hast keine Mehrheit gegen dich, aber du brauchst trotzdem noch immer eine andere Stimme, um was durchzubekommen. Aber selbst wenn eine Minderheitsregierung eine Option ist, dann heißt das Ergebnis ja nicht automatisch Höcke. Das Ergebnis kann immer noch Vogt lauten. Und das kann ja auch sein, dass das BSW-Vogt dann dem zustimmt, dass Vogt Ministerpräsident wird, aber er dann halt eine Minderheitsregierung macht. Ja, warum sollte man das machen? Also wenn er einem keine Zugeständnisse gibt, wieso sollte man ihn dann zum Ministerpräsidenten machen? Oh, da musst du die Leute in Thüringen fragen, warum, was sie vielleicht machen würden. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich hatte vorhin tatsächlich Unsinn erzählt. CDU, BSW und Linke hätten sogar eine absolute Mehrheit im Parlament. Also CDU, BSW und Linke hätten eine stabile Mehrheit im Parlament. Das ginge tatsächlich. Aber mit der Linken will ja die CDU nicht zusammenarbeiten. Das heißt, diese Option ist ausgeschlossen. Das ist tatsächlich die einzige Option, ohne die AfD, mit der es eine stabile absolute Mehrheit im Thüringer Landtag gäbe, CDU, BSW und Linke. Und ich sage mal so, wenn die in Thüringen schlau gewesen wären, das BSW, dann hätte man von Anfang an gesagt, so, wir wollen eine stabile Mehrheit. Liebe CDU, er wird nicht mit der AfD regieren, also bleiben ja nur noch wir. Nehmt doch die Linke dazu. Und solange ihr dazu nicht bereit seid, gibt es keine Koalitionsverhandlungen. Ja, hätte man machen können. Ich finde sowieso, hast du das mitbekommen, dass jetzt ja auch in der CDU Strömungen einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW herbeiführen wollen? Also wir kommen ja teilweise in Situationen, in dem die CDU dann gegen zwei Drittel der Abgeordneten in ostdeutschen Landtagen am Ende einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat. Das ist ja auch wirklich verrückt. Ja, ja, das finde ich, also, wäre ja gut, dann wäre die CDU wenigstens aus den Regierungen draußen. Mit einem Drittel der Abgeordneten kannst du keine Regierung bilden. Ja, aber ich, also ich frage mich, gut, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber das ist, ich finde das schon verrückt, wie man glauben kann, dass diese Unvereinbarkeitsbeschlusspolitik, die ja wirklich an ihre Grenze kommt. Also das ist hier gerade das Thema. Und da frage ich mich, warum das BSW, und da hast du gerade einen sehr guten Punkt gemacht, nicht einfach darauf beharrt, die CDU unter Druck zu setzen, im Sinne von, ja, also wir haben den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht gemacht. Wir sagen zwar zum Beispiel, politisch ist aktuell eine Regierung mit den Grünen sehr schwierig, die Grünen sind nicht in Thüringen dabei, aber, naja, der Linken, redet doch mit denen, ist doch euer Bier, wenn ihr einen Unvereinbarkeitsbeschluss habt. Das ist ja nicht unser Problem. Ja, absolut, absolut. Also da weiß ich, ja, ich verstehe das gesamte Verhalten der Thüringer BSW-Fraktion nichts. Wir haben ja jetzt das Sondierungspapier vorliegen und wir wissen, dass man von der CDU original nichts bekommen hat, wirklich gar nichts. Also wir wissen, dass die CDU kein irgendwie relevantes Zugeständnis ans BSW gemacht hat und trotzdem hat man die Geschäftsordnung geändert, damit gegen das verstoßen, was man vor der Wahl versprochen hatte, nämlich, dass man die AfD wie eine ganz normale Partei behandelt und sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzt und hat einfach so einen CDU-Landtagspräsidenten gewählt. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt so ein, also erstmal natürlich ein Verstoß gegen das, was man vor der Wahl versprochen hat. Aber andererseits hätte man ja sagen können, okay, was hat das BSW denn dafür bekommen? Wenn das BSW dafür was Gutes bekommen hätte, hätte man ja darüber reden können, ob das sinnvoll war. Aber jetzt wissen wir, dass das BSW nichts bekommen hat, wirklich gar nichts. Das BSW wurde danach noch in den Verhandlungen über den Tisch gezogen, dafür, dass es der CDU geholfen hat, die AfD so, ja, durch solche komischen Verfahrenstricks da auszuboten. Also das, damit hat sich das BSW selbst diskreditiert und das hat dafür dann nicht mal irgendwas, irgendeinen Vorteil gehabt. Also das war, also entweder pure Inkompetenz oder, ja, Katja Wolff hat irgendeine Agenda, die da nichts mit der Partei zu tun hat. Ja, und das ist die Frage, ob es vielleicht am Ende auch eine Mischung aus beidem ist. Aber, wie gesagt, mich wundert es halt enorm, dass halt überhaupt nichts aus dem Landesverband Thüringen da irgendwie zu hören ist. Auch mal eine Kritik an Frau Wolff, weil du hast es ja selber gesehen, aus Hessen, aus Niedersachsen, aus Sachsen-Anhalt, aus Berlin, aus Sachsen, von der Bundesebene, vom Europaparlament, Fabio De Masi beispielsweise, oder Pirna, die haben, die haben doch alle sich ganz dezidiert geäußert. Und ich habe bisher keinen BSW-Offiziellen gehört, der gesagt hat, außerhalb von Thüringen, das, was ihr da macht, ist eine super Sache. Also die sind doch total isoliert. Was glauben sie denn, was sie langfristig damit erreichen? Die sind doch jetzt auch verbrannt. Ja, das weiß ich gar nicht, inwiefern sie verbrannt sind. Also ausgesehen von unserer Politblase, hier hat von diesem Streit ja keiner richtig was mitbekommen. Innerparteilich würde ich, meine ich jetzt. So eine Frau Wolf-Innerparteilich, glaubst du, dass die noch großartig was jetzt werden kann? Weil die wird ja ihre Position jetzt nicht verändern wahrscheinlich. Also sieht ja momentan nicht danach aus. Also dann nicht. Aber wenn sie ihre Position ändert, warum sollte sie dann nicht für Oppositionsführerin in Thüringen werden? Oder Oppositionsführerin? Bei einer Regierung Höcke wäre das dann Vogt. Aber warum sollte sie dann nicht für das BSW gute Oppositionsarbeit machen? Also wenn sie ihre Position ändern würde und sich zurückziehen würde, spreche da jetzt meiner Ansicht nichts dagegen. Also ich meine, Das ist dann die Frage, ob nicht schon zu viel Porzellan am Ende zerschlagen wurde. Also ob sie, ich würde schon sagen, klar, wenn sie sich jetzt irgendwie eine Kursveränderung sich dem fügen würde, sie würde natürlich weiterhin Fraktionsvorsitzende bleiben in Thüringen, sie würde weiterhin dort an der Spitze stehen. Aber die Frage, ob sie in anderthalb Jahren bei den neuen Vorstandswahlen wieder Vorsitzende wird, ob sie in vier Jahren wieder bei der Liste für eine Landtagswahl vorne aufgestellt wird, da würde ich dir nochmal ein dickes Fragezeichen ranmachen, weil ich meine, eine Wagenknecht und der Bundesverband, der Vorstand, die haben ja ganz klar gesehen, wie weit die Frau Wolf bereit ist zu gehen, um am Ende es auf einen Konflikt auch darauf ankommen zu lassen. Ja, das steht aktuell sowieso in den Sternen, aber eigentlich ist die, also wenn der Bundesvorstand bereit ist, diesen Konflikt auszutragen, dann sieht es ja ziemlich schlecht aus für Thüringen. Also in der Satzung des PSW ist festgeschrieben, dass der Bundesvorstand Parteigliederung einfach so auflösen kann. Also man könnte den Thüringer Landesverband theoretisch auflösen, die, die da an irgendwelchen hohen Posten sind, entmachten und dann da loyale Gefolgsleute hinsetzen. Das heißt, theoretisch hätte, also hat Katja Wolf keine Handhabe. Der souverän ist der Bundesvorstand. Sie hat absolut, sie hat im Zweifelsfall keine Macht, sie hat keine Souveränität in Thüringen. Sie ist abhängig von dem, was der Bundesvorstand sagt und sie kann jetzt darauf bauen, dass der Bundesvorstand kein Interesse an einem großen Streit hat und lieber zusieht, wie sie da die gesamte Parteilinie untergräbt und da ihre eigene Agenda fährt. Aber das klingt sich doch für einen großen Fehler, sollte der Bundesverband da nicht eingreifen. Möglicherweise in der Satzung steht dann ja auch, dass man eben, wie du gesagt hast, Gliederungen auflösen kann, beispielsweise aber auch Vorstände absetzen, entlassen kann, dass das dann damit zu tun hat, wenn die parteiliche Ordnung gestört wird, sinngemäß jetzt einfach, wenn die parteiliche Richtung, die Programmatik untergraben wird. Vielleicht ist es ja auch gerade so, dass der Bundesverband und die führenden Figuren der Landesverbände natürlich auch ganz bewusst hier die Thüringer, das Thüringer BSW kritisieren, damit im Falle einer solchen Handlung des Bundesverbands auch ganz klar nachweisbar ist vor einem Schiedsgericht oder später vor einem ordentlichen Gericht, dass der Bundesverband und die Partei selber versucht hat, über andere Wege hinzuwirken, weil sollte man das machen, dann wird es ja mit Sicherheit irgendwie von einem Schiedsgericht innerhalb der Partei landen oder dann halt, wenn das Ergebnis dort nicht entsprechend ausfällt, wie man es möchte, noch vor ein ordentliches Gericht gehen. Ich hoffe ja sehr, bei den Schiedsgerichten hat man nicht den Fehler gemacht, wie beim Thüringer Landesvorstand, dass man da offensichtlich Leute hingesetzt hat, die nicht loyal sind und ich meine Parteischiedsgerichte, das sind keine richtigen Gerichte, das ist nicht neutral. Die haben dann bestimmte Sturmungen der Partei mit ihren Parteigängern besetzt, das ist in jeder Partei so und das wird man beim BSW glaube ich auch vernünftig, also hoffentlich vernünftig geregelt haben. Wir haben jetzt beim Thüringer Landesverband gesehen, dass das nicht so optimal gelaufen ist, aber ja, ja, das ist die Frage, wie man das dann, also ob das dann, ich bin kein Jurist, also da bin ich jetzt schlecht hier irgendwie schon irgendwelche Prognosen abgeben, das wird man schon juristisch sauber machen und du hast gesagt, also man muss anders auf den Thüringer Landesverband einreden, also man wird das intern versucht haben und Wagenknecht hat ja jetzt sogar in den Medien gesagt, dass sie die Einigung für einen Fehler hält, dass das so nicht weitergehen kann. Jetzt haben noch mehrere andere hochrangige BSWler, Fabio De Masi, Jessica Tati, Ralf Suicat, Friedrich Pirner sich öffentlich geäußert und Sivim Dadelehn, von der habe ich vorhin auch was gesehen, also wirklich zahlreich hochrangige BSWler aber öffentlich getrieben, das geht so nicht und ja, so viel klarer kannst du es nicht machen, als das so öffentlich nochmal mit dem Zaunfall zu winken, hallo, lass das bitte. Ich bin der Meinung, aber vielleicht irre ich mich doch gerade, dass das nämlich bei Wagenknecht in der Linken damals auch ein Thema war, warum so einem Antrag auf Ausschluss, da wurde wohl mal irgendwie einer gestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das wird auch Halbwissen, und der ist aber nicht durchgekommen, eben weil die Argumentation dann des Schiedsgerichtes auch lautete, ja, also die entsprechenden Vorstände haben sie nicht deutlich genug kritisiert, dass sie die Partei gefährden würde oder eben vom Kurs abweichen würde oder was weiß ich für ein Kram, was inhaltlich gar nicht stimmt, das Erfurter Programm, das hat sie ja vertreten, aber dass das wohl eine Argumentation war, warum dieser Ausschluss damals nicht geklappt hat und ich kann mir halt nur vorstellen, dass man vielleicht das im Hinterkopf hat und dass man das wirklich versucht, dann auch, ich sag mal, rechtssicher irgendwie zu machen, aber ich bin auch kein Jurist, ich kann mir so vorstellen, dass man da versucht, da eben wenig Raum zu haben für Fehler. Ja, und selbst wenn das juristisch scheitern sollte, also wenn man jetzt den Landesverband auflöst, da seine Gefolgsleute hinsetzt, dann ist das Verfahren von einem ordentlichen Gewicht in ein paar Jahren, also dann ist die ganze Geschichte in Thüringen sowieso gelaufen, also die Krise unvermittelt befriedet, hätte man dann so oder so vielleicht, um jetzt nochmal bei dem Thema zu bleiben, aber nochmal ein bisschen auf eine andere Ebene, die Argumentation von Frau Wolf und anderen lautet ja, dass man jetzt Verantwortung in Thüringen übernehmen muss, dass man ja auch tolle Sachen reinverhandelt hat und dass man jetzt das Leben der Thüringer Bürger verbessern möchte, aber ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass da der Elefante Porzellanladen die Schuldenbremse ist, die das verhindert und dass das eigentlich diese gesamte Argumentation absurdum führt, dass man großartig Dinge verändern könnte. Wie siehst du das? Ja, es steht ja im Thüringer Sondierungspapier explizit, dass man sich an die Schuldenbremse halten will und dass man 1,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen will. 1,3 Milliarden Euro in so einem kleinen Bundesland. Also wenn man das auf Bundesebene hochrechnen würde, würde man auf einen Betrag von weit über 100 Milliarden im Jahr kommen, den man einsparen müsste. Also das ist wirklich ein krasser Kürzungshammer, der da auf Thüringen zukommt. Und es kommt ja dann immer das Argument, ja, man sollte halt nicht so viel Geld verschwenden, man sollte nicht so viel Geld für Überflüssiges ausgeben, man kann ja Verfassungsschutz einsparen, Demokratieförderung, was dann da alles genannt wird, aber das ist nicht viel Geld, das sind einige hundert Millionen Euro, die man da wenn überhaupt einsparen kann. Das kommt nicht mal an die 1,3 Milliarden heran, die man sowieso einsparen will. Und da sind wir nur bei dem, was man einsparen müsste, um die Schuldenbremse einzuhalten. Da sind wir nicht bei den dringend benötigten Investitionen, die eine BSW-Regierung auf jeden Fall tätigen müsste. Man müsste mehr Lehrer einstellen, mehr Polizisten einstellen, den ÖPNV regelmäßiger fahren lassen, die Infrastruktur im Land auf Vordermann bringen, dann eine Konjunkturpolitik, eine Industriepolitik, eine aktive machen, das würde auch Milliarden kosten. Also man bräuchte jedes Jahr wahrscheinlich Dutzende Milliarden Euro in einem kleinen Bundesland wie Thüringen. In einem großen wie NRW oder Bayern bräuchte man wahrscheinlich hunderte Milliarden Euro, wenn man da wirklich klar Schiff machen wollte. Und es geht nicht mit Schuldenbremse. Das kann man vergessen. Im Landeshaushalt, da versickert nicht so viel Geld wie im Bundeshaushalt. Also da gibt es ja tatsächlich ganz viel Geld, was man in die Ukraine schickt oder für Aufrüstung verpulvert und für irgendwelche sehr fragwürdigen Projekte irgendwo ausgibt oder was durch Steuerhinterziehung durch die Lappen geht. Aber das kann man auf Landesebene eben, also das gibt es auf Landesebene alles nicht. Zumindest nicht in der Größenordnung, in der man es bräuchte. Also auf Landesebene, da ist dieses Argument mit dem Einsparen, Steuerhinterziehung bekämpfen oder ja, also Steuer erhöhen, also das geht ja auf Landesebene auch nicht. Also auf Bundesebene, da kann man theoretisch ganz viele neue, also Steuern für Superreiche einführen oder Steuern für Unternehmen erhöhen. Das geht auf Landesebene alles nicht. Jedenfalls lange nicht so einfach auf Bundesebene. Deswegen geht es auf Landesebene nicht ohne Aussetzung der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse muss weg. Ansonsten ist eine Wirtschaftspolitik, eine halbwegs eigenständige Wirtschaftspolitik auf Landesebene unmöglich und dann braucht das BSW erst gar nicht in eine Koalition zu gehen, weil dann ja, also dann verschlechtern sich die Lebensverhältnisse im Bundesland eh ungefähr so, wie sie sich auf Bundesebene verschlechtern. Das heißt, man wird nichts Positives bewirken, aber man diskreditiert sich selbst höchstens durch die Kollaboration mit diesen Zuständen und man fällt als Opposition dagegen aus. Ja, da kommt mir nochmal im Kopf, dass sie, Frau Wolf, bei Thilo Jung war, im Interview, im Gespräch, auch kurz vor der Wahl und da wurde sie darauf angesprochen, eben auf ihre Zeit in Eisenach. und dort war es so, dass sie eigentlich relativ stolz berichtet hat, wie sie dort eine Haushaltskonsolidierung gemacht hat, also eine Sparpolitik und dementsprechend, du bist als Kommune natürlich nochmal stärker eingeschränkt als das Land, aber du bist als Land natürlich auch mega eingeschränkt und da frage ich mich, ob sie nicht vielleicht dieses Thema für gar nicht so wichtig erachtet, weil sie selber die kommunalpolitische Erfahrung gemacht hat, durch Sparen kommt man da irgendwie dann auch dahin, dass man die Probleme lösen kann, dass das irgendwie halbwegs funktioniert, also da weiß ich gar nicht, ob sie sich mit dieser ökonomischen Fragestellung soweit beschäftigt hat, dass sie das auch wirklich bewerten kann, aber das ist natürlich jetzt von hier von weit weg gesagt, ich habe keine Ahnung, ob sie davon Plan hat, aber wenn das so wäre, dass sie wirklich glaubt, okay, wir wenden jetzt das, was auf der kommunalpolitischen Ebene funktioniert, auf der Landesebene an, dann macht mir das doch schon große Sorgen. Also ich hatte ja die Hoffnung, dass dadurch, dass sie auf Kommunialebene diese Erfahrung gemacht hat, sie zu dem Schluss gekommen sein wird, aha, es fehlt überall das Geld, also muss ich jetzt als Land dafür sorgen, dass das Geld bereitsteht, dann auf Landesebene, da kann ich das wesentlich eher bereitstellen, weil ich da die Schuldenbremse aussetzen kann. Die Kommunen könnte man ja auch entschulden, auch das geht nur mit Aussetzung der Schuldenbremse. Das sind ja auch viele Milliarden, das Land da an Schulden würde übernehmen müssen. Die Schulden würden ja nicht ansteigen, die man insgesamt hätte, sondern sie würden ja nur auf die höhere Ebene übertragen werden. Das ist ja eine sehr, sehr sinnvolle Forderung, aber davon findet sich nichts, ganz im Gegenteil. Man findet die Schuldenbremse und zusätzliche Sparbaßnahmen, die dann auch teilweise mehr Ausgaben der Kommunen bedeuten. Also das Land, das subventioniert ja teilweise die Kommunalhaushalte. Also Land, Bund, EU subventionieren alle die Kommunalhaushalte, weil die Kommunen vorne und hinten nicht zurande kommen, gerade in Ostdeutschland. Und wenn das Land jetzt noch mehr spart, dann haben die Kommunen ja noch ein größeres Problem. Also ich hatte bei Katja Wolf eigentlich die Hoffnung, dass sie auf Kommunala eben diese Erfahrung gemacht hat, dass überall das Geld fehlt, dass sie sich auf Landesebene dafür einsetzt, dass sich die Position der Kommunen verbessert, dass das Land ordentlich Geld in die Hand nimmt. Aber exakt das Gegenteil. Also das kann ich mir logisch nicht erklären. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Da hätte man ja zum Beispiel, auch wenn uns das wahrscheinlich nicht weit genug gehen würde, aber einen Kompromiss schließen können. Okay, wenn das Land selber jetzt keine großen Investitionen machen möchte, weil die CDU das nicht will, dann hätte man ja zumindest sagen können, gut, wir entschulden die Kommunen. Ein großer Teil der Investitionen wird ja in den Kommunen getätigt. Also da wäre ja eine Option dann gewesen. Im Zweifel hätten die Kommunen dann halt irgendwo neue Schulden aufgenommen und dadurch Investitionen finanziert. Aber wie du gerade schon richtig sagst, die sind in der Handlungsfähigkeit auch extrem eingeschränkt und teilweise hast du ja die Situation, dass Kommunen Haushalte gar nicht mehr aufstellen können, weil es einfach nicht funktioniert und dann haben die faktisch gar keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu machen. Das ist ja auch ein riesiges Problem. Im Übrigen nicht nur in Ostdeutschland ist das der Fall. Das ist in Westdeutschland ja ganz genauso. Dieses Problem ist ja ein gesamtdeutsches Problem. Also die hohe Verschuldung der Kommunen, was dann nicht mehr Möglichkeiten mit sich bringt, zum Beispiel in das lokale Schwimmbad zu investieren, das zu sanieren oder aber der lokale Sportverein, auf dem Fußballplatz da vielleicht was hinzumachen oder Handball oder was weiß ich. Das sind ja große Probleme. Also das hast du in ganz Deutschland, überall. Ja und in Ostdeutschland ist es nochmal schlimmer, weil du da eine schlechtere Demografie der Bevölkerung hast, weil die ganzen Jungen abgewandert sind, vor allem in den 90ern und weil es da keine großen Unternehmenszentralen gibt. Also du hast die, also du hast nicht Gewerbesteuereinnahmen in der Höhe und du hast gleichzeitig höhere Sozialausgaben wegen der verhältnismäßig älteren Bevölkerung und geringere Einnahmen durch die Einkommenssteuer. Also das ist jetzt ein struktureller Faktor, den du, ja, den du auch in ländlichen Regionen in Westdeutschland sicherlich hast. Ja und jetzt kommt ja auch noch, ist vielleicht nur am Rande, die ganze VW-Geschichte da hinzu. Wenn zum Beispiel jetzt in Dresden oder was weiß ich, da ist ein Werk, wenn ich mich gerade nicht recht irre, aber das glaube ich nicht so groß. Aber wenn dann irgendwo auch die Werke geschlossen werden, drei Stück oder was oder zwei, dann hast du teilweise ja Regionen, in denen komplett die ökonomische Strukturen Substanz einfach wegbrichst. So, jetzt nicht nur auf Ostdeutschland bezogen, sondern wenn das irgendwo in Westdeutschland passiert, ein Standort mit fünf, sechs, sieben, achttausend Beschäftigten, der ist auf einmal weg, holler die Waldfee, dann ist die Region ökonomisch eigentlich am Boden. Ja, das VW-Thema, das ist nochmal ein eigenes Thema. Auch das ist hochpolitisch. Ist glaube ich gut, dass wir das mal anschneiden, da es da jetzt neu, also da es da ja vor kurzem Nachrichten gab, wie dieses Kürzungsprogramm genau aussehen soll, dass da mehrere Werke geschlossen werden sollen, dass da, ich glaube, 30.000 Stellen sollen abgebaut werden. Ich glaube, die Zahl wurde schon vor ein paar Monaten mal genannt. VW selber hat das wohl nicht bestätigt, aber man rechnet damit, ja. Also es gibt wohl heftige Kürzungspläne jetzt, also jetzt scheint es so, als sei die IG Metall zumindest in der Richtung einen Kompromiss anzustreben, dass man auf Gehalt verzichtet und im Gegenzug dann Standorte nicht geschlossen werden. also auch die Gewerkschaft gibt schon deutlich nach und jetzt komme ich mal dazu, warum das politisch ist. Die Landesregierung in Niedersachsen könnte all das von heute auf morgen stoppen. Also die Landesregierung in Niedersachsen könnte sagen, wir nutzen unsere Sperrminorität im VW-Aufsichtsrat, wir stoppen alle Geschäftsentscheidungen, also wir blockieren alles, solange bis diese Entscheidungen hier zurückgenommen werden. Das ginge, das könnte die Landesregierung machen. Sie könnte sich auch mit anderen Großaktionären auch sprechen und dann klar sagen, nein, gegen uns könnt ihr sowieso nichts beschließen, Punkt, also dafür haben wir ja das VW-Gesetz. Aber sie macht das nicht. Die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Stefan Weil, das wäre für das BSW auch, glaube ich, wichtig. Also das ist, vor den Bundestagswahlen und den nächsten Landtagswahlen wird das auch ganz wichtig, hier wirklich Stefan Weil dafür anzusprechen, dass er verantwortlich ist für dieses Desaster, was da bei VW gerade passiert. Er könnte es verhindern. Die Landesregierung ist mitverantwortlich für die Unternehmenspolitik von VW. SPD und Grüne sitzen in der Bundesregierung, sind mitverantwortlich für die Nachfrageschwäche in ganz Deutschland, die auch verantwortlich ist für die Absatzschwäche bei Autos. SPD und Grüne sitzen in der Landesregierung in Niedersachsen, sind dementsprechend auch verantwortlich für die Wirtschaftspolitik in Niedersachsen. Also man muss hier wirklich SPD und Grüne auf allen Ebenen in die Verantwortung nehmen und da wirklich harten Wahlkampf gegen Stefan Weil machen. Da ist es dann blöd, wenn man in Ostdeutschland in der Landesregierung sitzt und hier schließt sich dann der Kreis zum Thüringer BSW, in der man genau diese falsche Politik gegen die man in Niedersachsen in Opposition machen will, wo man genau diese falsche Politik mitträgt. Ja, naja, das ist das Verrückte daran, dass genau das wahrscheinlich der Widerspruch sein wird. Aber soweit ich das hier in Niedersachsen verfolge, mit den Leuten, mit denen ich gequatscht habe, das wird ja, wurde ja schon bei der Landesverbandesgründung mit dem großen Plakat oder mit einem Banner aufgegriffen und das wird auch ein Thema, denke ich mal, schon sein, welches man ganz offensiv hier nach vorne bringen wird. Und das ist ja auch sinnvoll. Ich meine, das ist ja gerade auch das Kernthema vom BSW, wirtschaftliche Vernunft und das auch mit sozialer Gerechtigkeit verbunden, weil wenn du schlechte Löhne hast, wenn da die Unternehmen dicht machen, dann kannst du natürlich auch keine soziale Sicherheit gewährleisten. Am Ende funktioniert das nicht. Das geht ja auch noch nicht nur auf die Beschäftigten in diesen Werken zurück, sondern da hängen ja auch die Bäcker dran in der Region, die Restaurants, die Handwerker. Wenn auf einmal die Kaufkraft da wegbricht, ja, dann wird auch niemand mehr bei einem Handwerker irgendwie zum Beispiel in den Wintergarten in Auftrag geben, dann wird das ja alles nicht mehr da sein. Die Zulieferer. Also die Zulieferer, die sitzen ja im ländlichen Raum um die VW-Werke rum. Also wenn die wegfallen, dann sieht es ganz düster aus. Ja, und dass jetzt Frau Wolf und das Thüringer BSW eben genau diesen fehlerhaften Kurs mitmachen, ich würde da wirklich gerne mal Mäuschen spielen und wissen, ob die diese Fragen besprechen, ob das irgendwie gar keine Rolle spielt, ob sie wirklich nur auf ihren kleinen Kosmos Thüringen schauen, ohne jetzt Thüringen irgendwie abwerten zu wollen. Oder, naja, ich verstehe es nicht so ganz, also ob dieser Blick für die größeren Zusammenhänge komplett abakter gelegt ist. Ich hätte auch gerne gewusst, was der Bundesvorstand denen in Thüringen gesagt hat. Also ich meine, er muss doch, bevor man sich öffentlich dazu äußert, intern ganz klar die Aussage kommen sein, entweder, also wenn ihr nicht auf Linie seid, dann gibt es jetzt, also dann werden wir öffentlich dagegen schießen. Wenn das nichts hilft, sind wir bereit, das auszutragen. Dann war es das mit dem Thüringer Landesverband. Dann setzen wir hier unsere Gefolgsleute ein. Also die Klarstellung musste ja auch intern schon da gewesen sein. Also das kann ja nicht sein, dass das jetzt medial erst besprochen wird. Also so Planlos werden die doch da nicht vorgehen. Nee, nee, nee. Das glaube ich auch nicht. Vor allem, weil ja viele aus dem Bundesvorstand durchaus Erfahrungen mit der Linkspartei haben, in der ja vieles dann am Ende auch öffentlich über Medien gespielt wurde. Und man gerade darauf ja auch stolz war, dass das eben nicht passiert, dass die internen Kommunikationsstrukturen eigentlich im Grunde nach sehr gut funktionieren. Und ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass man da in Thüringen wirklich auf Durchzug schaltet und denen das total egal ist. Also dass man da einfach sein Ding jetzt machen möchte, weil man glaubt, das wäre sinnvoll, das wäre zielführend. Aber wenn man, wenn wir uns jetzt auch mal ansehen, was glauben die denn in Thüringen wirklich verbessern zu können? Wir haben gerade über die Schuldenbremse geredet, aber das ist ja nicht das einzige Thema. Wenn wir uns die Bundespolitik angucken mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland, mit der Finanzierung der Ukraine, mit dem sich anbahnenden Zollkrieg nun auch gegen China, dann sind das Kosten, allein dieser Wirtschaftskrieg wird wahrscheinlich am Anfang des nächsten Jahres um die 300 Milliarden Euro Kosten für die deutsche Wirtschaft bedeuten. Und du kannst doch nicht glauben, wenn die Bundespolitik eine solch fatale Regierungspolitik durchsetzt, dass du dann in Thüringen das irgendwie wieder ausbaden kannst. Du wirst letztendlich die Scherben, die angerichtet wurden, ein bisschen vielleicht zusammenkehren, aber dann verantwortlich gemacht werden für eine schlechte konjunkturelle Entwicklung auch. Obwohl du ja realistisch gesehen, dass BSW in Thüringen, wenn das jetzt regieren sollte, das kann ja für diese Entwicklung gar nichts. Aber es ist strukturell, sind die Landesregierungen in solchen kleinen Ländern unfähig, unfähig im Sinne von, sie haben nicht die politischen Möglichkeiten, wirklich da großartig was zu verändern. Man ist dann nur der Buhmann, der verwaltet für die schlechte Bundesregierung. Ja, das ist eine Befürchtung, die ich tatsächlich im Zug auf Brandenburg hätte, wenn da es jetzt zu einem Koalitionsvertrag kommt, wo das BSW dann auch einigermaßen gut aussieht und zu einer Koalition geht, dass dann die SPD in der Landesregierung jede Politik, die irgendwas anders machen will, blockiert, ganz egal, was im Koalitionsvertrag und Sondierungspapier steht. Das ist da tatsächlich eine Befürchtung, die ich da dann hätte, was du ja gerade gesagt hast, dass man gegen die Bundesentwicklung nicht ankommt, dass man zwar versucht, aber dann einen Koalitionspartner hat, der einen ausbremst, dann diese täglichen Zwänge hat, organisieren muss. Also die Befürchtung, die hätte ich da, aber in Thüringen ist es ja noch viel schlimmer, als du gerade erzählt hast. In Thüringen, wir hatten es gesagt, da will man ein Sparprogramm von 1,3 Milliarden Euro durchführen. Da hat man sich in keinem einzigen Punkt durchgesetzt. Ich habe hier mal diesen Artikel von Norbert Hering offen. Es ist wirklich ein einziges Desaster, also beispielsweise, was zusätzlichen Wohnraum angeht. Da steht im Sondierungspapier in Thüringen, wir wollen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung, nachhaltig, sozial und bezahlbar. In Stadt und Landschaften, in den Städten setzen wir uns für die Städteentwicklung und Städtebauförderung ein, die die Attraktivität urbaner Räume erhöht und gleichzeitig den sozialen Wohnungsbau stärkt. Nichts. Das ist gar nichts. Wir setzen uns dafür ein. Ja, das ist dieses klassische, ja. Ja, ja, es ist wirklich gar nichts. Und dann hatte ich gesehen, es gab am 28. Oktober einen Artikel, der wurde geschrieben, als Überschrift Prognose in Thüringen sollen tausende Jobs verloren gehen, bundesweit höchste Quote bezogen auf das nächste Jahr, was den Arbeitsmarkt anbetrifft. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon, dass die konjunkturelle Entwicklung dazu führen wird, dass Thüringen darunter massiv leidet und was werden die Leute sehen? BSW-Regierung, die AfD wird das natürlich benutzen, denn klar, es wird ja auch aktuell immer viel auf die Grünen geschimpft, aber man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, die 16 Jahre Angela Merkel zuvor, die haben ja die Grundlage dafür gelegt, die CDU-Politik und auch die SPD-Politik der 2000er Jahre und der 2010er Jahre war ja mit die Grundlage dafür, dass das Ganze jetzt auch so schlecht läuft. Die Ampel hat natürlich viel Unfug gemacht, aber wenn man damals investiert hätte, nicht diese schwarze Null, diesen schwarzen Null-Fetisch, wo sie hergetragen hätte, die Schuldenbremse überhaupt gemacht hätte, dann wäre die Situation ja möglicherweise eine ganz andere und wir hätten andere Handlungsspielräume. Also vor dem Hintergrund, klar, dieses immer Schieben jetzt auf die Grünen oder so ist vielleicht politisch, kann man machen, aber genauso wenig wird das BSW dann realistisch oder real betrachtet die Schuld dafür haben, dass es in Thüringen schlecht läuft, aber es wird einfach rein propagandistisch gesehen, wird es so gemacht werden und es wird verfangen, da bin ich mir relativ sicher. Wie gesagt, die Befürchtung, die können wir dann auf Brandenburg nochmal diskutieren, wenn es da ein Koalitionsverfahren Vertrag gibt, also da äußere ich mich ja gerade noch nicht groß zu, weil das Sondierungspapier, das klang optimistisch, das klang mutmachend, aber die Frage ist, was kommt da dann im Koalitionsvertrag rum, was kommt dann bei der alltäglichen Regierungsarbeit rum? In Thüringen, wie gesagt, Einsparung von 1,3 Milliarden Euro im Jahr in so einem kleinen Bundesland. Ja, das kommt on top noch, ne? Ja, also dieses Programm verschlecht, oder ich habe noch einen Punkt, eine flächendeckende Versorgung werden wir durch den aller Krankenhausstandorte als Orte der medizinischen Versorgung sichern, steht in dem Sondierungspapier, das heißt, da wo ein Krankenhaus war, muss in fünf Jahren wahrscheinlich irgendwas sein, was mit Medizin zu tun hat. Also nicht mal ein Bekenntnis gegen Krankenhausschließung. Da ist man in Brandenburg auch wieder deutlicher gewesen. Ja, also nicht mal das hat man hinbekommen. Also dieses Papier kündigt wirklich aktiv an, die Lebensverhältnisse in Thüringen zu verschlechtern, bei einer konjunkturellen Entwicklung, die sowieso nach unten zeigt, bei Lebensverhältnissen, die sich sowieso schon verschlechtern. Also ich glaube, wir sollten hier nochmal klar machen, wie katastrophal dieses Sondierungspapier an wirklich allen Punkten ist. Also und wir sind jetzt gerade nur bei den wirtschaftlichen Punkten, bei ländlichen Raum, Gesundheitsförderung, Bildung, aber wir waren gerade nur bei diesen Themen. Und wir sind bei anderen Themen noch schlimmer aus. Man könnte ein bisschen überspitzt sagen, bei dieser Kahlschlag-Politik, wer braucht eigentlich ein Millet, wenn man die Brombeer-Koalition hat? Jetzt so ein bisschen böse, ne? Böse ausgelegt. Aber ich meine, wenn du das auf dem Bund, hast du ja eben gesagt, 100 Milliarden im Jahr dadurch quasi weggehen, das ist ja faktisch einmal der, nicht ganz, aber das ist der Rentenzuschlag, Zuschuss des Bundes. Wie gesagt, das war jetzt so ganz grob übertragen. Du kannst Landeshaushalt, Bundeshaushalt natürlich nicht in einen Topf werfen. Klar. Die wollen wir jetzt auch gar nicht machen, aber ich wollte nur die Größenordnung klar machen. Das ist wirklich absolut krass, was da auf Thüringen zukommt. Und ich würde dann tatsächlich zum nächsten Punkt kommen, den auch Norbert Hering in seinem Artikel angesprochen hat. Das BSW will mehr Geld für A, den Verfassungsschutz und B, Demokratieförderung ausgeben. Demokratieförderung. Marlon, erklär uns mal, was das ist. Soll ich jetzt das etwas populistisch? Ja. Also Demokratieförderung, das ist dann gewisse NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, eigentlich würde ich darunter verstehen, das sind Organisationen, die von der Regierung kein Geld bekommen. Aber es gibt dann gewisse Organisationen, die bekommen von staatlicher Seite Geld, zum Beispiel sich auf der kommunalen Ebene im Kampf gegen Rechts zu engagieren oder sonst was, was dann aber eben nicht selten dahingehend sich entwickelt, dass man eigentlich die Regierungspolitik stützt. Dass man irgendwie eigentlich grünnahe oder SPD-nahe NGOs finanziert und ich sag mal so diese Mainstream-Position in die Gesellschaft trägt. Und als Kampf gegen Rechts wird dann vieles geframed, was wahlweise zum Beispiel die NATO-Position kritisiert oder was jetzt nicht komplett hardcore in die Regenbogenrichtung geht und das wird dann sehr schnell diffamiert und dagegen muss man dann kämpfen. Ja, und der Verfassungsschutz soll mehr Geld zur Erfüllung seiner verfassungsgemäßen Aufgaben bekommen. Wer ist in Thüringen oberster Verfassungsschützer? Stefan Kramer. Stefan Kramer ist SPD-Politiker, war vorher schon bei CDU und FDP, also er hat fast alle Altparteien durch, würden nur noch die Grünen fehlen. Also wenn er jetzt nicht in einem Bundesland wäre, wo die Grünen eher relevant sind, hat auch Verbindungen zur Amadeo-Antonio-Stiftung. Und in Thüringen, kein Witz, da wirst du als rechtsextremer Antisemit eingestuft vom Verfassungsschutz, wenn du sagst, dass es eine Finanzelite gibt. Ich habe mir das mal angeguckt. Also wirklich die Aussage, globalistische Finanzelite, dass es die gibt, die kann dazu führen, dass du, also wenn du Finanzelite sagst, dann meinst du, logischerweise die Juden, wen auch sonst, die kann dazu führen, dass du als rechtsextremer eingestuft wirst. Das ist ernsthaft deren Argumentation? Ja. Okay, also das würde ja wahrscheinlich jetzt nicht mal, wenn man in einem Soziologie-Kurs oder so sitzt und diese Themen von Macht-Hierarchien und so bespricht, also da würde nicht mal da, glaube ich, einem der Vorwurf seitens eines Dozenten entgegengeworfen werden. Weil das ist ja ganz offensichtlich, es gibt Leute, die beispielsweise in Großbanken drin sitzen, die vielleicht auch im Besitz von Großbanken sind, die haben damit natürlich eine elitäre Position, eine erreichere Position. Oder wenn ich mir einen Warren Buffett angucke, der mit seinem Unternehmen ja auch riesige Beteiligungen hat, das hat ja aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie das mit einer religiösen Gruppe assoziiert. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man sagt, dass diese Finanzelite ein homogenes Ziel verfolgt. Weil innerhalb dieser Finanzelite gibt es natürlich Leute, die zum Beispiel eher die Old Economy, Big Oil und sowas finanzieren und daraus ihre Profite ziehen und wiederum andere, die eigentlich das Ziel haben, deren Marktanteile zu reduzieren, weil sie zum Beispiel in Atomkraft investiert sind oder weil sie erneuerbare Energien fördern wollen. Also das ist ja ziemlich verrückt. Du solltest aufpassen, wenn du in Thüringen unterwegs bist. Also nicht, dass du noch als gesichert rechtsextrem eingestuft wirst. Der Verfassungsschutz darf ja mittlerweile auch schon Leute bei Einzelpersonen überwachen und Delegitimierung des Staates, wenn das mit Rechtsextrem nicht funktioniert, gibt es ja immer noch. Ich meine, darunter kann ja sowieso jede Kritik an der Regierung fallen. Nein, aber um es kurz zu machen, Demokratieförderung, Verfassungsschutz, Stefan Kramer, hier sollen Leute Geld kriegen, die uns hassen. Leute, die uns bekämpfen wollen, die uns drangsalieren wollen, die wollen, dass wir am besten unsere Meinung nicht mehr frei äußern. Die werden hier mit Geld überschüttet. Bei Kürzungen von 1,3 Milliarden Euro. Das ist das Programm des BSW hier in Thüringen. Also, wie geht sowas? Wie kann man so etwas in ein Sondierungspapier reinfahnden und dann hinterher sagen, oh, das war ja gut, wir haben gute Kompromisse erzielt? Fragen über Fragen. Also, ich habe hier gerade keine Glaskugel, ich schaue mich um. Nee, habe ich nicht. Aber, ja, vielleicht müssen wir mal Frau Wolf einladen, ob sie nicht mal Lust hätte, mit uns in ein Gespräch hier auf Twitch rauf reinzukommen. Ja, ich hatte in Thüringen mal ein Interview angefragt. Uns soll noch mal fragen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Ja, ich hatte im Wahlkampf mit einem oder einem Kandidat des BSW in Thüringen gesprochen. Der war, glaube ich, auf Listenplatz 20 oder 21 und mit dem habe ich mich auch über Wirtschaft und sowas hauptsächlich unterhalten und da war ich eigentlich, okay, der ist ein bisschen wirtschaftsliberaler eingestellt, als ich das bin, aber ich habe so im Großen und Ganzen eigentlich einen ganz guten Eindruck gehabt, aber von dem habe ich jetzt seitdem eigentlich auch gar nichts mehr zu dieser Thematik gehört. Naja. Ja, der meinte auch, er versuchte in den Landtag zu kommen, ist da nur eine, also ich habe das Interview ja gesehen, ist da in einer Legislaturperiode drin, wenn es klappt und wenn nicht, nicht. Er will ja nicht sein Leben lang Politiker sein, sondern er will das machen, wofür er sich im Wahlkampf eingesetzt hat. Er macht auch einen relativ sympathischen Eindruck, aber ich, also, das weiß natürlich nicht, wie der Internet auch. Er ist im Landesvorstand. Er ist im Landesvorstand. Er ist im Landesvorstand ist er auch, das heißt, man bekommt jetzt natürlich keine Namenslisten hier raus, wer hat im Landesvorstand für die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen gestimmt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn er da im Landesvorstand ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie er abgestimmt hat, wie er sich dazu verhält. Also öffentlich habe ich jetzt nichts mitbekommen, was in Kritikrichtung der Fraktion des BISW Thüringens geht, aber naja, soll jetzt ja auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Ja, also ich finde das schon interessant. Also es haben sich jetzt so viele BSW-Politiker so klar gegen das, was da in Thüringen passiert, geäußert. Sowohl gegen das, was da landespolitisch umgesetzt wurde, als auch gegen diese, ja, fehlende Friedenspreambel. Man hat ja jetzt ins Vorwort des Koalitionsvertrages geschrieben, ja, CDU und SPD sind für Waffen, die Fung und Paketen stationieren, BSW ist dagegen. Also das sind mich einer Meinung, das schreiben Sie jetzt trotzdem mal rein, dass wir nicht einer Meinung sind. Also das BSW hat gar nichts erreicht. Also damit ist ja keiner zufrieden und aus Thüringen kommt erstaunlich wenig Kritik. Das hatten wir noch gar nicht angesprochen, dass bezüglich der Ukraine-Geschichte ja drinsteht, sinngemäß CDU und SPD kommen aus der Tradition der Westbindung und der Ostpolitik. Das BSW stünde für kompromisslose Friedenspolitik und danach sinngemäß wurde gesagt, ja, also wir sind eigentlich aus zwei unterschiedlichen Linien, wir haben unterschiedliche Positionen und daraus folgt ja aber eigentlich gar nichts. Also das ist nur eine Beschreibung der momentanen Situation, aber keine politische Handlungspolitik, Anleitung oder Anweisung entsteht daraus. Also das wäre schön, wenn man das bei der Schuldenbremse so geschrieben hatte. Die CDU ist für die Schuldenbremse, das BSW ist für ordentliche Investitionen. Schau doch mal, wer sich durchsetzt. Also da hat man irgendwie nicht die Föderpolierung gewählt, da hat man exakt das, was die CDU wählt in Sondierungspapier geschrieben. Ja, verrückt. Aber ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen, fällt dir dazu jetzt noch irgendwas ein, weil ich habe das Gefühl, gerade wir fangen uns an, da so ein bisschen im Kreis zu drehen bei dem Thema. Also von meiner Seite aus ist glaube ich auch das meiste jetzt erstmal gesagt. Das ist jetzt der Punkt, der mir gerade nochmal eingefallen ist direkt. Jo, ich würde sagen, dann schließen wir erstmal das Gespräch. Ich meine, wir müssen ja auch nicht zu lange darüber reden. Das ist, glaube ich, ziemlich klar zum Abschluss nochmal. Das ist wirklich ein furchtbares Sondierungspapier. Man hat nicht mal diesen symbolischen Kompromiss bei der Friedensprogramme bekommen. Also das Thüringer BSW muss dringend die Verhandlungen abbrechen. Das sagen mittlerweile fast alle europäischen BSW-Politiker, fast alle BSW-Unterstützer. Also ich weiß nicht, was da in Thüringen gerade los ist. Ich würde es gerne wissen, da würde man gerne Mäuschen spielen.